Hallo, was machen Sachen? Ja, wie im Titel schon gelesen habt, ist dieses Bild eine Zusammenarbeit von mir und Nightmare Shadow. Sie hat das Lineart gezeichnet, ich male es aus. Im Gegenzug habe ich ihr auch ein Lineart geschickt, das sie ausmalt. Ich weiß nicht, ob sie das veröffentlicht, ob so ein Video dazu macht, aber das ist für ihr voll überlassen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Ich finde es immer sehr interessant, auch die Linearts von jemand anderem zu zeichnen, das ist einfach mal eine gute Abwechslung. Nightmare Shadow ist auch unten verlinkt, könnt ihr mal vorbeischauen, ihr mal liebe Grüße da lassen und euch viel Spaß bei dem Video und lehnt euch ein bisschen zurück und guckt an, wie schön bunt das Bild wird. Ciao! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020